So, wir sind auf der Sanktuarie zurückgekehrt. Jetzt sollen wir hier mit aber sprechen. Bei dir oben? Bei dir unten? Nee, oben, ne? Hier irgendwie. Viel Glück da draußen! Ich glaube, wir müssen hoch. Hier, warte, ne? Irgendwo? Äh, ja, sieht so aus. Gut. Also, hier runter. Aber, Kind... So, ich bringe aber Sachen zurück. Okay, machen wir gleich. Machen wir jetzt sofort, so. Fressnapf. Ich glaube, ich habe es noch irgendwo. Bonsai... So, äh... Ja, und ihr Tagebuch, ne? Oder war das halt hier? Marlion wird zweimal nachdenken, bevor sie sich wieder mit Athenas anlegen. Mhm. So, mit Ava sprechen. Guck mal, hier ist wieder so ein kleiner... Hallo, mein kleiner... Tut-tut-tut-tut-tut. Hehehe Na, komm, nochmal. Marlion wird zweimal nachdenken, bevor sie sich wieder mit Athenas anlegen. Ja, wir sprechen ja schon mit dir. Komm. Danke. Folgender Vorschlag. Du erfreust dich an diesen Waffen und ich verbrenne meinen Tage. Ich meinte Notizbuch. Und wir beide sprechen nie wieder darüber. Cool? Cool. Cool. Gut. So, wir haben Kohle gekriegt. Alles klar. So. Das ist wieder die Hauptmission. Wir haben gesagt, wir wollen mal ein bisschen so einen leichten roten Faden reinbringen. So, nie Mission. Und die Püller-Parade wollen wir nicht machen. Heilige Geister. Der Orden des Aufkommens des Sturms braucht diese Brennerei. Ach ja, das war ja wieder Mord in Esser-Torrom. Ne, wir machen das mal hier. Die Heiligen Geister, ne? Genau. So. Das war ja noch vom Baris für Raris Moderator. Ah, ich komm nicht auf den Namen. Können wir von der Karte aus machen, ne? Das reisen. Orbit. Nach Athene. Und. Öh. Öh. Also hier oben müssen wir hin. Hier ist sie. Den Keller betreten. Können wir hier hin reisen? Öh. Okay. Ja. Dann machen wir das halt, ne? Entschuldigung. Frosch im Hals. Aber ich glaub, das ist die kürzeste Variante, um da hinzukommen. Wenn von da aus. Eine Jagd mit Kopfgeld. Davon kann ich viel Kauspielzeug kaufen. Jo, jo, jo. Öh, komm. Ah, da haben wir diese Frösche, die Frösche. So. So, die macht hier Strom, die Waffe. Ist aber nur neue Waffe jetzt. Gerade ausgerüstet. Ich hab eben noch mal das Depot, äh, das glaub ich hier oben, ne? Ne, der ist Teil von Lok. Irgendwo war noch ein Depot, das hab ich geplündert. Das gehörte dazu und da hab ich mir die Waffe geholt, ja. Hm. Mal sehen, wie die drauf ist, ne? Gott. So. Mal schauen, mal schauen, so. Ey, Post. Gut, Handgranaten. Ich hab auch noch Erweiterungen gekauft. Mit einem Handgranaten kann ich mehr mitnehmen. Warum? Dahin, wo du hergekommen bist. Oh. Der war ja schon Bumms, der Junge. Oder hier auch so. Sturzflug des Todes. Position. Aber das ist immer so die erste Runde, ne? Wo wir uns dann gespielt haben. Ha? Nachladen. Nachladen. Also hier schmeißt die Waffe nicht weg. Ach, da werden mehr Bumms, ne? So. Jungs, ich will bloß rum. Ich will bloß rum. Zum. Zum. Welch prächtige Beute. Aber ich deal, so. Ach, der Film. Komm mal, Granate fest. Oh. Die ist gut. Oder macht er keine Affe? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wer ist denn das jetzt schon einsammeln? Alles sauber. Alles sauber. Okay. So. Was haben wir noch eigentlich am Start? Ach, die Schroti. Ja. Eigentlich müsste ja alles voll sein, wenn er hier nichts mehr aufnimmt. Doch, äh, Pistolenlöse. So. Wenn war das. Die Waffe. Ja, komm, nämlich mal wieder die. So. Hm, 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 hm. Haben wir auch bei Trägen levelt, ne? Komm, nicht hier noch Kohle. So, okay. So, okay. Äh. Ein ausgehobenes Grab. Oh, oh, oh. Grabschäne. So, was machen wir doch nicht hier. Granaten haben wir ja voll, ne? Granaten haben wir ja voll, ne? So, hm. Wildforkenplatz war hier nicht auch noch was drin? Äh, gut. Können wir eigentlich zulassen, ne? Eigentlich machen wir bloß aus wegen dem Geld, ne? Ne, hier... Da sind wir meistens hier drin, ne? So. Na dann, auf zum Friedhof. Den Keller. Nicht Friedhof. So, Speicher. Hier sind wieder welche, okay. Oh, ja, 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 geht's hier. Ach, gut. Pistole, ne? Äh, ähm. Überwältigt sie. Ah, nee, hier. Oh, das war's. Uh. Don, 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 don. Oh, Gott. Oh, das ist noch einer. Oh, nee, hier ist noch einer. Oh, 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 oh. Oh, nee, denn da? Ruhig ey, ruhig ey, ruhig ey. Oh. Ne? Ach da. Ja, manchen Tagen läuft es besser, manchen Tagen schlechter. Alles holt doch. Ben gehter! Los Heinz! P-feep keep beep beep, kamir! P-peep beep beep! Ein klägliches Leben. Ein passender Tod. Oh, ja. Oh, da kommen noch Munition für die Pistole. Mal hier Munition sammeln. Das sind so die ersten Runden, wo man ja mal sagt. Ja, okay. Hab wieder viel zu tun. Äh... Wer sind die Geschmalle? Äh, kann man verkaufen? Hm... Ach, lassen wir das mal. So. Weiter aufsammeln. Aber hab ich ja schon in den letzten Videos gesagt, ne, ich hab hier dieses Event ausgeschaltet, weil mir das auf den Keks geht mit dem Totenköppchen. Und ich weiß nicht, ob mir das irgendwas bringt, wenn man die eingeschaltet hat. Hm. Also von daher... Ich sag mal, das ist ja erstmal egal. So. Hier. Hm. Entschuldigung, ne? Oder man ist jetzt noch die Film von mir auf die Keks. Ich hab es dir doch gesagt. Und ich hab's nicht schon in den Früiden, wo man ja schon sagt. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab an den Früiden, ne. Aber man... Zu kriegerisch, ne? Das wäre ja was. Ja. Warum? Das ist einsam und ganz einfach, weil damit kann man viel Geld machen, ne? Auch wenn man schlechter ist. So, hm. Geht gleich weiter. Äh, Pustum, 171. Höchste? Ne, 200. Wir haben 186, okay. Äh, dadada. Das andere ist alles voll. Jo. Okay. Pistole ja nicht schlecht. Die andere ist natürlich besser, wenn sie geladen ist, ne? Äh, nachlädt. 300, ja. Das sie natürlich dadurch dann nochmal Schaden macht. Warte, jetzt hier hoch. Äh, ne? Granate. Oh, oh, oh. Granate. Wollen wir schon mal gucken, was weiß ist. Ob es teuer ist. Ne, hier momentan auch nicht. Wo ich mit Olaf spiele, da ist momentan auch das Weiß richtig wertvoll. Kohle. Das kostet richtig Kohle. Äh, da kann man richtig Kohle mitmachen. Sag mal so. So, äh, ach. Los, los jetzt. Los, los jetzt. Und ihn. Die Übigstörbebeest, die ich habe. Missen von Scheiß. Die Übigstörbebeest, die ich habe. Missen von Scheiß. Die Übigstörbebeest, die ich habe. Missen von Scheiß. Der ist gekrecratscht. Die ist so ein Scheiß oder was? Ich bin ein Raubtier und du die Beute. Ich wollt einer hochkommen. EINliche Bewegung. Hä? Auch ne. Da ist er. Boom. So gefällt mir das, weil alles schnell kaputt geht hier alles so, ähm. Hä? Was ist das denn? Kassab. Bing. Huuu. 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 Was ist das denn gewesen? So. Hier kommen wir in Motion. Aber sollte ja schnell gehen, ne? Huuu. Sollte ja schnell gehen, ne? Huuu. 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 B Ak, ha! Huuu. 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 Ach hier, die Mutation schießt sie nicht von selbst. Genau, du sagst es so. Dö, 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 dö. Ach, hier hoch. Hm. Horst Lichter, jetzt komm ich auf den Namen. Horst Lichter war das so. Es ist Zeit zu kämpfen. Äh, 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 äh. Ein weiterer ist verstoppelt. Wer macht hier so'n Batsch? Blut, überall Blut. Hinter uns irgendwie, ne? Ach, da oben. Lade, mein, komm her, hier. Lade, mein, komm her. 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 Vielen Dank.